Meidons Meinung. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Zuschauer. Natürlich Alfred Meidon bei mir. Doppelt Meidon sogar. Wir haben es auch schon als Kommentar bekommen. Der Zuschauer sieht ein paar Sekunden zumindest. Man sieht aber auch, dass ich jetzt mehr als eine Jacke habe. Eine helle und eine dunkle. Du hast sogar einen anderen Gürtel und andere Hosen auch. Gut, wir haben heute neue Werte dabei, oder du hast neue Werte dabei, die du noch nie dabei hattest zum Teil. Die es auch noch nie gab. Ja, eben, deswegen. Gut, wir hätten im Vorfeld schon mal über den anstehenden Börsengang sprechen können, aber jetzt war es gestern soweit. Snowflake ist ein Cloud-basiertes Software-Startup aus den USA. Bei mir jetzt bis diese Woche eigentlich kein Begriff, aber es galt als Einhorn, weil es eben schon unglaublich hoch bewertet war, bevor es überhaupt jetzt gestern an die Börse kam und der Börsengang lief auch sehr erfolgreich. Genau, es ist tatsächlich der größte Technologie-Börsengang aller Zeiten sogar und auch der stärkste Anstieg eines so großen Unternehmens hat sich am ersten Handelstag verdoppelt, ist tatsächlich ein Softwareunternehmen im Cloud-Bereich. Das ist natürlich der Wachstumsmarkt schlechthin und darum kann man solchen Unternehmen auch hohe Bewertungen zubilligen. Natürlich ist die Bewertung von Snowflake, also schon zum Emissionspreis war sie extrem hoch. Das war dann der, ich glaube, 50-fache Umsatz. Jetzt sind wir bei einer Bewertung bei über dem hundertfachen Jahresumsatz, Bewertung im Moment 70 Milliarden beim Schlusskurs, bei einem Jahresumsatz von 500 Millionen ungefähr. Vielleicht wird es dann ein Jahr drauf eine Milliarde, aber selbst dann, wenn ich immer noch bei einer Bewertung mit dem 70-fachen Umsatz, ist es natürlich wirklich mehr als sportlich. Aber wie gesagt, am ersten Handelstag, obwohl man im Vorfeld den Emissionspreis mehrfach angehoben hat am Ende auf 120 Dollar, am ersten Handelstag dann 250 Dollar, in der Spitze sogar kurz nach Börsenstart gestern 300 Dollar. Also das ist schon extrem und ich hätte mir schon schwer getan, bei 120 die Aktie irgendwo zum Kauf zu empfehlen. Jetzt ist natürlich die Sache noch schwieriger. Aber das zeigt natürlich auch, dass Anleger offenbar bereit sind, selbst bei diesen Bewertungen noch zuzugreifen. Und das ist ein Zeichen, das muss man im Hinterkopf behalten. Ich will jetzt nicht sagen, dass es schlimm ist, sondern man muss wissen, dass es jetzt vielleicht sogar normal wird. Und jetzt kann man natürlich sagen, alles, was bewertet ist, weniger als 70-fache Jahresumsatz, ist günstig. Der deutsche Anleger hatte ja eh noch keine Möglichkeit, also im Normalfall zu partizipieren an dem Börsengang, aber selbst wenn es dann jetzt in Deutschland handelbar wäre oder... Man kann ja auch jetzt in Deutschland kaufen. Ich würde es jetzt nicht machen. Snowflake, weißt du übrigens, warum der Konzern so heißt? Ich habe es gerade noch schon einmal ergoogelt. Ne, ich weiß nicht, es heißt ja Schneeflock, aber warum... Genau, die Gründer sind Wintersportfans und haben sich 2012 damals gedacht, alle brauchen einen Namen, Software Cloud, Snowflake. Ist zumindest einprägsam, merkt man sich dann doch leicht. Es gibt ein paar Fans jetzt schon quasi des Unternehmens oder zumindest Leute, die an den Erfolg glauben. Zum Beispiel Warren Buffett, der ist eingestiegen mit Berkshire Hathaway schon vorher bei so einer Finanzierungsrunde, 250 Millionen Dollar. Ja, die sind quasi zum Börsengang eingestiegen. Man hat eine Privatplatzierung genommen und man hat ein paar Aktien vom Firmenchef abgekauft. Insgesamt hat man zum Emissionspreis 730 Millionen Dollar investiert. Das ist selbst für Warren Buffett relativ viel. Natürlich in Relation zu seinem Gesamtportfolio dann wieder wenig, aber 730 Millionen, das investierte er auch nicht so oft in ein IPO. Geht ja auch gar nicht, weil es gibt gar nicht so viele große IPOs und Warren Buffett investiert ja ohnehin selten in Börsengänge. Das letzte Mal war es 1956, da hat er Aktien von Ford beim Börsengang gekauft. Also das ist schon ein paar Tage her. Jetzt ganz überraschend muss man sagen, ein Technologieunternehmen, auch noch mit dieser astronomischen Bewertung muss man ja sagen, das ist wirklich ungewöhnlich für Buffett und man mutmaßt auch, dass nicht Buffett dahinter steckt, sondern seine etwas doch jüngeren Mitarbeiter. Aber tatsächlich, er ist dafür natürlich verantwortlich und insofern ist das schon eine große Überraschung gewesen, dass er jetzt hier eingestiegen ist. Aber es hat sich gelohnt. Man hat am ersten Handelstag seinen Einsatz mehr als verdoppelt, hat 800 Millionen Dollar verdient. Er wird das natürlich nicht sofort verkaufen, davon gehe ich nicht aus. Aber es ist schon interessant, dass er da eingestiegen ist. Vielleicht nochmal als Relation. 200 Milliarden ist Berkshire das Portfolio groß. Ein Gewinn von 800 Millionen über Nacht entspricht also 0,4 Prozent auf Berkshire Hathaway. Also man sieht es ja auch, die Aktie unverändert. Das hat sich kaum bemerkbar gemacht. Aber pro Portfolio von Berkshire Hathaway, du hast uns deine Grafik noch mitgebracht, die wir uns mal angucken wollen. Da sieht man zumindest zwei Anteile, den Rest und Apple. Also wenn man jetzt noch einzeichnen würde, Snowflake, dann wäre das hier so ein kleiner Strich. Da kann man nicht drauf malen. Also Snowflake ist unter einem Prozent gewichtet. Apple ist das absolute Schwergewicht. Und Buffett macht im Moment eigentlich viele Sachen, die man, Privatanleger, vor denen man sogar warnt, nämlich diese Klumpenbildung, 43 Prozent Gewichtung einer Aktie, dann noch in IPOs investieren, die so teuer sind. Aber er hat Erfolg. Und am Ende zählt nur das. Und ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Berkshire ist jetzt, also wenn ich jetzt Berkshire wegen Apple kaufe, dann würde ich lieber gleich Apple kaufen, weil der Rest vom Portfolio, das finde ich jetzt nicht so spannend, die zweitgrößte Position ist Bank of America, die drittgrößte dann Coca-Cola, allerdings so mit zehn und acht Prozent Gewichtung, logischerweise, weil Apple ja schon so viel Gewicht hat. Ich bin jetzt nicht so der Freund von Berkshire Hathaway. Also da würde ich lieber Apple kaufen und vielleicht lieber mal ein paar Einzelwerte aussuchen, die Buffett so hat, aber nicht das ganze Portfolio. Aber es ist trotzdem immer so spannend zu sehen, wohin der oder worin der Herr investiert. Ja, achso, vielleicht, das wollte ich auch noch sagen, ganz wichtig. Das zeigt auch, warum Buffett hat nämlich mal gesagt, vor vier Jahren ungefähr war das, dass sogar KGVs von 100 oder 200 zu rechtfertigen sind, wenn die Zinsen dauerhaft niedrig bleiben werden. Also wenn wir dauerhaft null Zinsen haben werden, wenn der Markt davon ausgeht. Und genau das ist ja gestern passiert. Nicht dauerhaft, aber die US-Notenbank hat ja gesagt, sie will das Zinsniveau so tief halten bis 2023. Und das wiederum ermöglicht tatsächlich höhere Bewertungen, zwar viel höhere Bewertungen. Ich will jetzt nicht sagen, dass jede Aktie ein KGV von 100 haben muss, aber zumindest Technologiewerte können durchaus KGVs von 100 haben und dann sogar noch weiter steigen. Und das beste Beispiel haben wir gestern beim Börsengang von Snowflake gesehen. Werden wir alles weiter beobachten. Das Portfolio von Berkshire und natürlich auch, wie sich Snowflake in den nächsten Wochen und Monaten entwickelt. Und dann lassen wir einen Blick mehr auf BYD. Da haben wir am Dienstag schon über das Allzeithoch gesprochen. Genau. Wie kann es denn jetzt weitergehen? Was sind so die Kursziele für das Unternehmen? Also es gibt unterschiedliche Kursziele. Die meisten liegen jetzt so nur noch auf dem aktuellen Niveau. Die Aktie hat ja wirklich einen wahnsinns Lauf gehabt. Wir waren noch vor vier Wochen bei 7, 8 Euro. Jetzt sind wir schon bei 12. Natürlich die Aktie in Hongkong-Dollar genauso gestiegen. Dort gibt es jetzt das höchste Kurs. Die sind 153 Hongkong-Dollar. Das sind ungefähr so 14 Euro. Das ist das Top-Kursziel von City. Es gibt die anderen Kursziele, die liegen auch auf dem aktuellen Niveau. BYD, ich hatte ja die Aktie schon ganz oft dabei. Ich kann mich erinnern, hier Anfang des Jahres habe ich dann immer gesagt, da gab es jede Menge gute Nachrichten auch. Die Aktie wird irgendwann auf die guten Nachrichten reagieren. Man muss ein bisschen Geduld haben. Es freut mich für alle, die die Geduld hatten. Sie wurden jetzt doch kräftig entlohnt. Und jetzt ist die Frage, was soll man jetzt machen? Jetzt auszusteigen macht meiner Ansicht nach keinen Sinn, denn da ist glaube ich noch weitaus mehr drin. Natürlich nicht in einem Zug, wobei die Aktie hat jetzt drei Tage nacheinander kräftig zugelegt. Heute nochmal sechs oder sieben Prozent in Hongkong, obwohl ja heute Morgen der Markt eher schwach war. Also das ist schon ein starkes Zeichen. Und BYD profitiert von zwei Sachen. Zum einen davon, dass Elektroautos wieder stärker nachgefragt werden in China. Im zweiten Halbjahr soll es einen regelrechten Boom geben. Und natürlich dann auch noch das BYD, die Masken produziert, Atemschutzmasken. Und zwar ordentlich. Ich habe beim letzten Mal oder vom vorletzten Mal gesagt, man produziert 50 Millionen Stück am Tag. Da war ich selbst ein bisschen erschrocken. Ich habe nochmal nachgeschaut. Es sind wirklich 50 Millionen seit Mai. Man hat erst nur fünf Millionen produziert, jetzt 50 Millionen Masken am Tag. Wir haben es gerade ausgerechnet, es sind 13 Milliarden im Jahr. Und jetzt muss man mal überlegen, was so eine Maske kostet, was man daran verdient. Man geht davon aus, dass BYD im Moment so 20 Prozent seines Umsatzes mit Masken macht. Und das ist schon ganz erstaunlich. Also quasi ein doppelter Corona-Gewinner durch Elektroautos, die ja so einen Schub erfahren haben, und jetzt auch noch als Maskenproduzent. Und ich glaube, da ist noch mehr drin. Ich habe gerade in meinem Report das Kursziel angehoben von 12 auf 16 Euro. Das ist auf Sicht von einem Jahr. Ich glaube, auf Sicht von vielen Jahren ist da noch deutlich mehr drin. Und hast du das höchste Kursziel? Ja, genau. Vielleicht gibt es ja noch irgendjemanden, der noch ein höheres hat. Gut. Das kommt beim nächsten Mal wieder darauf zu sprechen. Jetzt schauen wir mal auf eine unschöne Geschichte rund um Gerenke. Ein Schwarzseiler, den wir auch eigentlich schon kennen von anderen Werten, von früher, hat sich wieder hier zu Wort gemeldet, diverse Vorwürfe erhoben. Was könnte an den Vorwürfen dran sein? Wie bewertest du die Geschichte? Fraser Pering heißt er, glaube ich. Der hatte schon 2016 vor Wirecard gewarnt. Und das ist natürlich, ich will nicht sagen Qualitätsmerkmal, aber Wirecard hat vieles verändert. Nach Wirecard haben Schwarzseiler natürlich ein leichteres Spiel, weil sie damit punkten können. Und gerade, wenn jemand schon auf Wirecard hingewiesen hat und hat Recht bekommen, dem hört man jetzt natürlich ganz besonders zu. Und das hat auch dann dazu geführt, dass die Aktie extrem gefallen ist, weil ja Gerenke wird vorgeworfen, Bilanzfälschung, Bilanzbetrug, Geldwäsche. Und der schwerste Vorwurf ist der, dass eine Milliarde an Cash zu großen Teilen wohl nicht vorhanden sein soll, sagt Fraser Pering. Gerenke dementiert. So, jetzt haben wir das alte Spiel. Der eine sagt, alles Lug und Trug. Die Firma sagt, nein, es ist alles in Ordnung. Jetzt muss man sich entscheiden, wie man glaubt. Am Ende bleibt immer ein fader Beigeschmack. Am Ende ist es immer schwierig, auch für Investoren, diese Aktie weiter zu halten. Denn wenn da wirklich was dran ist und dann heißt es ja, wieso habt ihr die Aktie denn so lange behalten, obwohl ja diese Vorwürfe im Raum standen, dann hat man ein Problem. Insoweit, ich bin der Meinung, dass man mit solchen Aktien dann vielleicht Daytrading machen kann, aber als Investment scheiden sie dann wirklich aus. Und auch jetzt, wenn der Kurs optisch so tief erscheint, wenn da wirklich was dran ist, dann sehen wir eben noch tiefere Kurse. Also ich halte wenig davon, solche Aktien dann längerfristig im Depot zu lassen. Die BaFin ermittelt ja auch, aber auch das hat sie schon bei Wirecard. Das ist quasi eine Nicht-Nachricht. Ja, das stimmt. Na gut, wir werden es auch hier natürlich im Blick behalten. Die BaFin ermittelt übrigens in beide Richtungen, also sowohl gegen den Short-Seller als auch gegen Gerenke. Aber dass da viel dabei rauskommt, kann man nicht von ausgehen. Er hat ja auch nicht nur gegen Wirecard damals argumentiert. Er hat zwischendurch noch mal ProSieben auf der Rechnung gehabt. Es ist so, diese Short-Seller haben auch nicht immer nur Treffer, die liegen auch mal komplett daneben. Ich kann mich an Tesla erinnern, da lagen viele daneben, die den Untergang vorher gesagt haben. Aber Tesla ist auch nie Bilanzmanipulation vorgeworfen worden. Das ist bei Gerenke eben anders. Und das Geschäftsmodell von Gerenke ist natürlich auch hochkomplex. Das Leasing-Geschäft, ich bin sowieso kein Freund von solchen Unternehmen, fand die Aktie eigentlich schon immer nicht so sonderlich interessant. Und da ist natürlich sowas dann auch eher möglich. Und darum, mein Rat, besser mal nichts machen. Ja, apropos Vorwürfe. Wir kommen auf Nikolai noch mal zu sprechen. Da haben wir auch schon am Dienstag das Ganze ein bisschen aufgedröselt. Gibt es denn Neuigkeiten von irgendwelchen Seiten? Ja, gibt es natürlich. General Motors hat sich zu der ganzen Sache nicht geäußert und hat noch mal gesagt, dass man zu den Vorwürfen des Short-Sitters nicht geäußert. Man hat gesagt, dass man mit der Kooperation quasi seine eigene Technologie mehr in den Markt bringen will. Denn Nikolai steuert ja eigentlich gar nichts dabei zu diesem Joint Venture oder zu der Partnerschaft mit General Motors. General Motors hat ja auch kein Geld investiert, sondern man hat ja quasi die Aktien bekommen und dafür muss man eben für Nikolai produzieren. Und darum kann General Motors auch gar nicht viel verlieren. Die Frage ist nach wie vor, was hat General Motors bei dieser Utiligence, also bei der Unternehmensprüfung, denn wirklich geprüft? Offensichtlich nicht alles. Die Vorwürfe wurden noch mal zementiert und Nikolai hat ja tatsächlich dann auch eingeräumt, dass dieser vom Berg rollende LKW keinen Antrieb hatte. Und das ist natürlich schon ein Futter für die Ermittlungen, die jetzt laufen von der SEC und auch von der US-Justizbehörde. Und hier glaube ich, da ist wohl schon noch ein bisschen Fleisch dran an diesen Vorwürfen, vielleicht sogar ein bisschen viel. Also dieser Short-Seller Hittenburg hat da noch mal gesagt, der Firmenchef Trevor Milton würde so viel lügen, wie andere atmen. Und das ist natürlich schon mal eine harte Aussage, finde ich ganz sportlich. Tatsächlich hat man ihn auch untersucht und festgestellt, dass auch bei seinen vorangegangenen Firmen deutlich mehr schief lief als gerade. Und am Ende waren alles Flops. Dieser Truck, der den Berg hinabrollt, das Video dazu oder die ganze Geschichte ist ja gar nicht so neu. Das war, glaube ich, schon vor ein paar Jahren. Genau, das hat Bloomberg schon vor zwei Jahren mal aufgedeckt. Damals hat es irgendwie keinen interessiert. Das ist bloß notiert, Nikolai. Jetzt ist es natürlich schon ein bisschen was anderes. Und es gibt ja noch viele andere Vorwürfe, dass man nicht so viel Wasserstoff produziert, wie man eigentlich meint. Und dass man viele Bauteile von der Konkurrenz nimmt und einbaut und die Firmenschilder abtippt. Also viele Vorwürfe. Und auch hier, da würde ich nicht dabei sein wollen. Gut, von einem Problem fällt zum nächsten, wobei hier die Probleme nicht ganz hausgemacht sind, sondern eben Corona-bedingt. TUI, die Reisebranche, leidet, wissen wir alle. Man plant jetzt eine Kapitalerhöhung. Und man hat auch gesagt, ohne Impfstoff könnte das Jahr 2021 noch düster aussehen. Wir wollen mal nicht hoffen, dass das so kommt. Ich denke mal, dass wir dann schon einen Impfstoff haben werden. Aber es wird natürlich dauern, bis dann auch die nötige Menge an Menschen geimpft ist. Also das nächste Jahr wird schon noch extrem schwierig werden für TUI. Und dieses Jahr ist eine volle Katastrophe. Ich habe ja auch hier, als die Aktie im Frühjahr so stark gefallen ist, schon gesagt, TUI, also die Luftfahrtbranche und die Reisebranche, werden langfristig unter Corona leiden. Dem ist jetzt so. Man braucht immer mehr Geld. Man hat ja schon jede Menge Staatshilfen bekommen. Jetzt eben nochmal eine Milliarde als Kapitalerhöhung und wahrscheinlich wird das auch nicht reichen. Also eine TUI wird sich wahrscheinlich irgendwann wieder erholen, aber jetzt im Moment auf in erbsehbarer Zeit sicherlich nicht. Und darum ist es auch kein Investment. Ganz einfach. Und das geht natürlich, nehme ich immer weiterhin an, für den nächsten Wert Lufthansa, 90 Prozent der Buchungen oder man liegt 90 Prozent unter den Buchungen für den Oktober bislang. Ja, unter dem Vorjahr. Ja, unter dem Vorjahr genau. Das ist schon eine Erholung. Mich wundert es ehrlich gesagt. Ich hätte schon damit gerechnet, dass zumindest auch Geschäftsleute wieder dann mehr fliegen und sich das schneller wieder erholt. Dem ist offenbar überhaupt nicht so. Und die Pläne von der Lufthansa bis Jahresende wieder auf 50 Prozent der Flüge zu kommen, das wird man nicht erreichen. Das wird eher in Richtung 25 laufen, wenn überhaupt. Und das hilft natürlich dem Aktienkurs überhaupt nicht. Man macht Riesenverluste, man muss viele Leute entlassen. Und auch hier die Probleme sind nicht kleiner geworden. Sie sind genauso groß wie vor einigen Monaten. Und man sieht es auch am Aktienkurs. Das hier war mal so ein Versuch im Juni. Da ist nichts daraus geworden. Und also alle Unternehmen aus diesen Branchen Luftfahrt und Tourismus würde ich weiter meiden. Dafür gibt es ja noch die Solarbranche, die kaum bis gar nicht unter Corona gelitten hat oder immer noch nicht darunter leidet zum Glück. Also ich hätte noch mal ein paar andere Charts mitbringen sollen. Es gibt viele Solarwerte. Sogar in den USA gibt es zwei Firmen, die Solarinstallationen machen. Die Aktien haben sich gegenüber dem Märztief für vier, für fünffacht. Die Solarbranche läuft, boomt, muss man wirklich sagen, überhaupt keine, so gut wie gar keine Auswirkungen durch Corona. Warum eigentlich auch? Denn ich meine, bei einer Solarinstallation, da sind zwei, drei Leute, die das Ding installieren. Das funktioniert auch mit dem richtigen Abstand. Man kann ja auch Masken tragen. Also alles läuft wunderbar. Und bei Jinko Solar läuft es jetzt auch wunderbar. Man hat es jetzt endlich geschafft, zumindest fast, also die Linie ist natürlich krumm und schief, aber kurz davor zumindest, diesen Widerstand zu durchbrechen. Es könnte auch sein, dass im Vorfeld nächste Woche gibt es Quartalszahlen, dass da noch einige Leute zugreifen. Denn Jinko Solar hat im Vergleich zu anderen Solarwerten eigentlich eher noch am wenigsten gemacht. Und als größter Modulhersteller der Welt, glaube ich, ist da doch einiges möglich. Und wenn dieser Widerstand durchbrauchen wird, dann sehen wir ruckzuck wahrscheinlich auch Kurse von 28 Dollar oder sogar darüber. Also das könnte dann ganz schnell gehen. Jinko Solar ist bekannt für große Kurssprünge. Und ja, man muss sich nur mal wie bei dir anschauen. Auf einmal geht es dann doch. Würdest du raten, vor den Zahlen vielleicht einzusteigen, wenn man daran glaubt? Ja, also ich, ja. Wann kommen die Zahlen genau? Am 23. September. Okay, dann war es das für heute. Ach, das war es schon. Ich dachte, es kommen noch fünf Aktien. Nee, ich dachte, aber das war es für heute. Du musst übrigens mal einfach noch mehr mitbringen, dann haben wir noch mehr zu bequatschen. Mach ich. Danke für heute, Alfred. Danke auch Ihnen. Bis zum nächsten Mal.